Die Firma Besenrein und Klappermann möchte Ihnen heute Ihr neuestes Modell, den Staubsauger Rappelvoll Deluxe, vorstellen. Wie ist Ihre Meinung zu unserem hervorragenden Modell? Staubsauger gut, alles Gute. Und Motor auch gut, nicht kaputt machen. Alles Gute. Wir haben ja auch einen Übersetzer dabei. Das Modell heißt Rappelvoll Deluxe. Wie heißt es? Mustafa. Nein, das Modell dieses Staubsaugers heißt? Sondermodell. Und Rappelvoll Deluxe? Rappelvoll Deluxe. Und wie viel kostet ein Staubsaugerbeutel? Beutel 20 Euro. Beutel. Ein einziger? Ja. Ein Staubsaugerbeutel 20 Euro. Und ein Staubsaugerbeutel 99 Euro. Ist da auch Pfand drauf? Ja. Wie viel Pfand bekommt man, wenn man sein altes Modell im Laden wieder zurückgibt? 300. 300 Euro. Das ist engelig. Applaus